So, willkommen zurück bei Lady Sia. Und wir gehen ab in den Elfenwald erneut, weil da sind wir ja gescheitert. Bei den Punnies des Todes, ne Quatsch, bei den Ächsen des Grauens, ne Scheiße, ne, wir sind halt einfach gescheitert. Ähm, ja. Das Modus, ist nun mal passiert, gell? Oh, die sind auch voll krass drauf da. Kannst du gar nichts machen, kannst du da? Oh, da ist jemand in Gefangenschaft. Können wir hier noch was absacken? Komm her, du Bunny. Dich, dich, dich. Oh, fuck. I wanna kill you, so. Ach, Mist, das muss ich mich wieder dran gewöhnen, an diesem Blöden. Rumgehüpfen. Ach, fuck. Also, und jetzt. Ah, Mann. Wenn du da echt nur eine Viertelsekunde zu spät drückst, dann fliegst du wieder runter. Ah. Ah, was geht? Ach, Mann, ich hab doch gedruckt. Okay, jetzt Konzentration. Puh. Ist das scheiße, ey? Zehn Minuten später. Ja. Geht doch, Mann. Geht doch. Scheiße. Nicht doch schon wieder. Es geht ja mal gut los hier. Ah. Puff. Ah. Wenige reden, mehr konzentrieren wäre gut. Ah. So, wir kriegen das schon noch hin. Ah. Come on. Okay. So. So. Na komm her, du Bunny des Grauens. So, jetzt. Halt. Ach, ne. Ach. Das ist echt, das ist total knifflig, Leute. So. Aua. Ja, leck mich doch. Beschieße mich halt, Mensch. Hör nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, geblübt, geblübt. 1, 2, 3. Hopp, hopp, hopp. Ah, Mann. Hopp, 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 hopp. Yeah, Baby. So, und jetzt. Alle Ruhe, Alter. Kann man gar nichts dagegen machen, dass man hier beschossen wird. Total Sauerei. Und was? Ich trau nicht so richtig über den Weg, ne. Doch, da wird wohl irgendwas sein. Und hier? Nothing. Was geht ab? Bunny. Bunny. Ich töte dich. So, jetzt kommt. Buff. Du. Buff. Am. Buff. M. U. M. M. So, nochmal. Wow. What the heck? So. Das ist jetzt gut. Also, ich find's jetzt nicht mehr schlimm, wenn ich nicht alle... Das find ich schon die ganze Zeit nicht schlimm. Ja. Ja, beschieß mich halt, du irre. So. Oh, cool. Wer hat denn... Das war jetzt reiner Zufall. Ähm. Geht's hier nicht hoch? Ach so. Okay. Yo. Cover. Boah, ist das gemein. Habt ihr das gesehen? Oh, kann ich da... Kann ich da hochhupfen vielleicht? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Das trau ich mich dann doch nicht. Ja, und... Oh, ne, oder? Ist nicht wahr. Ja, und man... Man gedenkt das Ding hier hochzugehen. Naja, okay. Äh, ist super Sache, oder? Also... Ach, Gott sei Dank kann man ein Checkpoint. Ähm. Na gut, noch einmal. Ganze Stück. Das muss kurz vor Level enden... Oh, war da unten was? Ne, nur der Hase. Boah, schnell durch. So. Ja, Stubfrecke. Na komm. Bunny des Grauens. Ich blick das nicht. Und das kotzt mich an. Ich mach jetzt einen super Anlauf. Hey, cool. Richtig gut. Okay, und jetzt nochmal. Ja, das war gut. Okay. Ah, okay. Oh, mein Kammerbanger! Bangladesch! Oh, Gott. Bitte jetzt hier keinen Fehler mehr machen. Oh, nein! Nein! Ach, komm, ich meinte doch bitte keinen Fehler mehr machen. Warum passiert das immer mehr? Jetzt muss ich da wieder... ...rüberhüpfen irgendwie. Ja, es ist... Oh, Scheiße ist das. Das ist ein Scheiß-Level. Das ist ein echt Scheiß-Level. Das ist schwer. Na komm her. Dich kill ich jetzt einfach nur so. So. Ah! Wow. Wow. Aber gut. Okay, das kriegen wir jetzt hin. Mit viel Glück. Na komm her. Ich kill euch alle. Ich kenn da nix. Ich bin die Red Sonja, die blond ist. Ich bin ne blonde Red Sonja. So, du kannst mich mal... Ich... Ich... ...befreie dich nicht. Ich bin voll der Ego. Ich hab voll keinen Bock, dich zu befreien. Äh, ja. Das war mir jetzt zu riskant, wisst ihr. Wenn ich dich jetzt befreit hätte, dann... Oh, hey. Jetzt kommen hier noch... Oh ja, oh ja. Gib's mir noch auf die letzte paar Meter. Nee. Nicht euer Ernst, oder? Oh, jetzt kommt bestimmt noch eine ganz üble Falle. Ja, ich... Ich... Ich bin... Ein Treffer und ich bin weg vom Fenster, ne? Oh, da. No! Äh! Das ist super. Ist das super. Äh. Geht's irgendwas, ne? Levelende, oder? Na, ich geh jetzt da trotzdem noch mal kurz hoch, wenn ich's schaffe. Hey! Okay. Hopp. 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 Und... Ah. Okay. Egal. Wir haben's geschafft. Yeah! Juhu. Die blonde Red Sonja, ne? Okay, nächstes. Die Maschine der Kremlings. Oh, mein Gott. Böse Erinnerungen. Diese Maschine ist viel zu mächtig, um sie in solch hässlichen Händen zu lassen. Suchen wir den Kontrollraum. Äh. Böse Erinnerungen an diese verdammte, gottverlassene Maschine. Ja. Kontrollraum, ne? Okay. Mann. Baby. Komm. Ich überlege gerade, wie das ging. Ja, das... Das war so ein Level, wo man ziemlich viel, ähm, ja, nachgrübeln muss, ein bisschen. Ah, ja. Ja, okay. Wo sind die Arsten? Komm, Bunny. Guck mal. Die müssen wir da inlocken. Total cool, oder? Let's kill the Bunnies. Von wegen. Ah, super. Na, doch killen. Komm. Oh, ja, der steht hier voll in der Luft rum. Cool. Na, komm. Da muss er hinstehen. Genau. Ja. Ja, mach mal du... Gutsch, gutsch, gutsch. Oh. Komm. So. Genau. So geht das. So geht das. die ganze Zeit sogar. Ah, hier haben wir die Bodenplatten. Ähm. Ah ja. Ah ja. Ja. Betätige bitte den Schalter. Na komm. Ach, geht doch da jetzt zum Teufel, Mensch. So, den Schalter. Ah, genau. So geht das. Und hier oben noch so ein kleiner Prisoner befreien. So. Okay. Aber damit ist es noch nicht getan. Ähm. Ich hab einen Schalter übersehen. Kann das sein? Also der ist unten. Da muss der wahrscheinlich auch noch hoch. Äh. Wow. Nochmal komm. Na komm. Aber da war nix mehr, ne? Ne, da war nix mehr. Das waren alle Schalter. Von wegen, ne? Da oben noch einer. Vielleicht. Ne. No. Ah, dann komm. Das ist todsicher runter. Und da hab ich... Ja, das kann ich eigentlich jetzt... Oh, ich hasse dieses Level. I hate this Level. Mach auf. Leckumioe. Jetzt aber komm. Betätige den. Verfluchten. Gott verlassen, Entschalte. So. Und jetzt müssen wir uns... Rot. Grün. Gelb. Blau. Rot. Grün. Gelb. Blau. So. Und jetzt, ähm... Rot. Grün. Gelb. Und Blau. Hat aber, glaube ich, nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Habe ich mir halb gedacht. Nochmal. Muss schneller gehen. Rot. Grün. Gelb. Scheiße. Blau. Es war wieder nichts. Nochmal. Rot. Grün. Gelb. Was bleibt das Grün nicht unten? Oh, fuck. Ja, scheiße. Ja, ich... Nochmal. Nochmal. Rot. Grün. Gelb. Und... Blau. Ach, fick dich doch. Wow. Ah, ich hab Rot berührt. Rot. Grün. Gelb. Und jetzt... Blau. Ah. Rot. Grün. Gelb. Blau. Scheiße. Ich hasse das Level echt. Rot. Grün. Ja, Rot-Grün. Und dann geht alles wieder hoch. Was soll denn? Dreck. 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 So. Rot. Grün. Gelb. Und scheiße. Blau. Jetzt... Jetzt ist es unten gewesen. Jetzt ist es offen. Ja. Ja. Geht doch. Und dich noch befreien. Und den Hebel betätigen. Und dann geht's ab in die Lüfte. Juhu. Juhu. Okay, dann... Juhu. Ah. Juhu. Den will ich noch mitnehmen. Nochmal. Oh, yeah. Wer denkt sich sowas aus? Echt. Komm. Na komm schon. Ach. Komm. Jetzt juckt auch noch meine Nase. Hier. Stress jucken wahrscheinlich. Oh, schlimm. Okay, was gab's hier? Nettes. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und. Ich hab dich gerettet. Krieg ich einen Kuss? Nein. Sauerei. Tududu. Tududu. Nunududu. Oh, Checkpoint! Checkpoint. Checkpoint ist ein gutes Stichwort, denn wir machen an der Stelle auch Stopp. Und ich sag, bleibt dabei und bis dann. Ciao.